Gut, lass den Stress beginnen, oder? Dritter Platzschild hat's mal erwischt Den anderen auch Okay, die gehen auch auf mich los Jetzt sind wir keine Freunde mehr Ach ja, ich bin so groß da Jetzt reicht's nicht mehr Ich bin... alles nicht so, aber... wenn mich da jeder angreift Wie gesagt, die lasse ich noch in Ruhe die ganzen Soldaten dass nicht so viel böses Blut kommt Jetzt bin ich ja da ganz böse Aber diese komischen Junkie-Typen und alle da einfach was er kreiert Was schaut's aus? Ja, da muss ich liegen Vielleicht den Typen noch Nein, der schaut aus wie er auch So, wir kommen hinten da weiter So, wir kommen hinten da weiter Darunter einfach Bin ich jetzt neugierig Wenn wir da treffen Da ist... da ist schon die richtige Tür da ist ... da ist die Die Explosion Mary helfen Okay Wir räumen da ein bisschen auf zuerst. Töten Thomas nicht, aber der Mary will mir Hilfe. Mary ist verletzt. Du glaubst wirklich, dass du meinen Meister zu töten kannst und weg mit ihm zu gehen? Nachdem du weg mit deinem Tauch zwischen deinen Legen bist? Du denkst, dass eine schwere Frau nicht mehr nach dir kommen würde, nicht wahr? Mary, Mary. Wie du sagst, dein Meister nicht uns eine Wahl gegeben hat. Du bist verletzt und wirklich gearbeitet. Ich... Ich fühle mich schwere. Aber wenn ich hier bin, bin ich voll von Angst und Macht. Was hat mir passiert? Du hattest einen Überflug, den du nicht rauskriegen konntest. Junge Technomancers sind fast nie über Dinge wie das erzählt. Es macht es schwerer, sie zu entfernen. Du warst alleine und all diese Kraft hat übergebracht. Jetzt bist du leer. Du solltest resten. Ich fühle mich schrecklich. Ich habe mich in den Schrauben gebrochen. Der Überflug war zu stark. Du brauchst Hilfe. Ich werde ein paar Medikation finden, damit du sie zurückkriegst. Hier, mach das. Das wird verhindern, irgendwelche Blüten und zurückgebracht werden. Ich... ich sollte dich bedanken, nicht wahr? Wenn ich dich schrauben, will ich mich zu kontrollieren? Ich kann dir, wie ich das mache. Ja. Einige Leute haben sogar gelernt, zu benutzen die Überflug, ohne zu viel von ihren effekten. Willst du mit mir schlafen? Sean hat. Ja, so viel schuldest du mir. Das sollte sich... nicht aus Verpflichtung passieren. Das sollte nicht aus Verpflichtung passieren. Ich finde dich... dafür nicht attraktiv genug. Machen wir's mit. Wenn es passiert... Ich will es sein, weil du es will. Nicht, weil du fühlst, dass du es muss. Du kannst mir viel helfen, Mary. Aber du bist nicht mein Schlag. Vielleicht. Aber ich will überleben. Und wenn das ist, was es braucht, dann ist es egal. Ich sage es wieder. Du musst nicht, Mary. Du solltest nur dein Körper jemandem geben, wenn du willst. Nicht, wie ein Stück Fleisch. Du musst nicht mehr schlafen. Ich... 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 Du willst nicht ändern, was du weigst? Du bist so schraubst wie schräg, nicht wirklich, ähm, diskret. Diese Schraube mich erinnert, was ich bin. Es ist ein Testimonium von meinem Schräg. Ich habe so viel verloren, wegen meiner Ignoranz. Heute bin ich das, was ich bin. Eine Pariah. Eine Renegade, die von meinen Freunden hattet. Aber auch eine neue Frau, frei zu entscheiden, ihre eigenen Konvention, ohne Bonds. Das ist total idiotisch, ich verstehe. Er setzt unser Leben aufs Spiel. Ich verstehe. Ich glaube, ich kann das verstehen. Du bist ein bisschen verloren hier. Das ist dein letzter Link zu deinem pastes Leben. Okay, okay, wir gehen so weiter. Woher kommst du? Wie sind die Technomaten von Abundenz? Wie sind die Technomaten von Abundenz? Sie haben den gleichen Status hier? Ich... Ich weiß nicht viel über das. Aber aus dem, was ich gesehen habe, die Leute sind Angst, wie hier. Selbst wenn sie nie beheben, die größte Offen zu halten. Aber sie sind in der Armee. Sie sind Offen. Sie sind nicht beheben, zu formieren Klicks oder Team. Sie sind nicht mehr. Sie sind ein Militärer. Für die Krieg. Nicht mehr. Sie sind eigentlich ein Militärer. Für die Krieg. Warum hast du mir hier geführt? Wenn du mir geführt hast, dann hätte du dein Status in rank mit Abundenz. Ich... Ich war so angry. Lived mit Rage. Sean hat mich geschaut und mir geschaut. Ich wollte ihn schäuern. Jetzt sehe ich, dass er mich benutzt hat. Aber wie war ich das dann? Wenn er das alles, was ich wusste? Ich folge dich für einen Grund. Um dich zu töten. Du sagst, dass er dich geschaut hat? Ja, ich... Entschuldigung. Ich will wirklich nicht darüber reden. Okay. Innocent sagte, er hat dich vor dem Krieg gesehen. Er... Er muss sich verstanden haben. Komm schon, Mary. Du bist nicht wirklich ein normaler Typ einer Person. Alles klar. Ich glaube, ich kann dir sagen. Ich war hier, in Shadow Lair. Es dauerte nicht lange, um mich zu finden. Ich glaube, du hast bereits geblieben. Oder ich war zu jung. Und du war zu alt, um uns zusammen zu sein. Was hast du im Lager gemacht? Wie hast du in diesem Fall in der Abundanz gewonnen? Ich... Mein Maester damals hatte natürlich zu kämpfen. Und er wollte mich mit ihm nehmen. Der Grund wollte, mich zu retten. Aber er hatte einen riesigen Influenz. Ich habe mich auf einem Kampf gefunden. Und ich war schrecklich Angst. Ich denke, ich habe panikiert. Und wir waren separiert. Ich habe dich davon geblieben. Aber ich habe mich auf einen Schaden. Ich habe mich auf ein Schaden. Ich habe mich auf einen Schaden. Ich habe mich auf einen Schaden. Ich habe mich auf eine Schaden. Einige Mann aus Abundanz kamen. Sie sind schrecklich. Er war super Schaden. Er war sehr streitig. In Wahrheit, er war sehr nervös mit seinen Mann. Er hat mich auf den Karten angefangen. Er hat mich auf die Herd geholfen. Warum im Versteckten? Warum nicht darüber sprechen? Ich hatte Angst, dass du mich an der Grund verbinden. Natürlich sind es gute Meister da, aber sie sind auch... Anyway, ich habe oft... ...serve ich sie, als ich sehr jung war. Das hätte ich tun sollen, das tut mir leid. Entschuldigung, Mary, ich weiß, dass einige Mädchen verabschieden werden, aber... Anyway, es ist jetzt vorbei. Du bist von ihnen frei. Wie hast du im Lager gemacht? Ich... Mein Maester hatte natürlich zu kämpfen. Und er wollte mich mit ihm nehmen. Die Sorge wollte, um zu retten. Ich habe mich auf dem Bett gefunden. In mir? Mary ist nicht dein richtiger Name. Du musst einen Namen Vertue haben. Mary ist nicht dein realer Name, ist es? Genau. Ich wurde von Mercy genannt. Aber der Name nicht mehr bedeutet nichts für mich. Selbst wenn Shawn mich benutzt hat, er hat mich wiederholfen. Er hat mich geholfen, mich zu gehen. Er ist derjenige, der mich von Mary genannt hat. Wie bei den Racken, ich will den Namen. Ich verstehe. Ich werde dich nicht interessieren, um zu verabschieden deinen Namen zu verabschieden. Wir kommen zurück zu meinen anderen Fragen. Ich möchte dir etwas anderes erzählen. Komm mit mir. Ich möchte dich mit mir. Es wäre ein Freude. Ich mag es, wenn ich mit dir bin. Okay. Jetzt habe ich euch alles gut mitglied. Aber jetzt ist das Richtige gefragt. Hm. Was ist unsere nächste Aufgabe? Elektrische Beziehung. Okay. Mehr über Mary zu erfahren. Bis anscheinend. Treffen mit dem General. Ich glaube, ich muss noch mehr mit dir reden. Roy? Kann ich etwas machen? Du willst mich noch nicht über deine Vergangenheit sprechen. Ich... Ich bin sorry, Roy. Ich versuchte, dass wenn es richtig fühlt, und ich hatte Zeit, um es zu verabschieden, ich erzähle dir meine Geschichte. Ich will es dir erzählen. Okay. Das heißt, in derweil können wir überhaupt nichts machen, was uns weiterbringt. Okay. Ich weiß nicht, es ist ihr. Das ist sie. Ich bin wрев mir darüber. Herr Temperance, ich bin mir im Gewöhn. General Anagran me geestet. Er wollte mit dir reden. Ich wollte sie mit dir sprechen. Strange für eine individually? Ich bin nur ein Verhalt. Ich habe mich verabschiedet. Bitte verhожу dir. Wenn dir wisst, euch nur das Leben, also wirst du dir nicht, Ich glaube nicht, dass ich dir keinen Fehler wünsche. Das ist ein Verlief. Hast du sicher, dass du normal bist? Ich glaube so. Auf der anderen Seite, ich stehe nur die Orden, die ich gegeben habe. Given deine aktuelle Situation, ich empfehle, dass du zu ihm durch die Tierbillen im Hintergrund gehst. Du hast sicher den richtigen Namen, nicht wahr? Denkst du. Ja, gut, ich gehe. Und ich? Bin ich auch? Ich denke, du kannst auch kommen. Wir wussten nicht, dass Herr Tamperance einen Kumpanien hatte. Das erklärt, warum die Invitation nicht erwähnt hat. Bitte entschuldige uns. Ich denke, ich würde auch gehen. Okay, dann gehen wir zusammen. Aber auch die Wäsche muss gewaschen werden. So. Wir kommen da jetzt wieder runter. Ja, die Treppe runter. Mal überspringen, die Animationen. Die Leiteranimationen sind jetzt nicht so unbedingt wichtig. So. Ich brauche jetzt wieder noch die Karte. Damit ich den richtigen Weg finde. So. Abwärts. einmal durch. So. Und ab in die Slums. Dort, wo unser Schicksal weitergehen wird. So. So. Okay. So. 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 So, wie ein bisschen ein Schützer schon. So. ja das ist sicher das ist jetzt mit sich die anderen liegen ich will den erledigen Nicht kreuzen, drück. Ich möchte die noch blündern. So, wo sind die? So, jetzt muss ich nur schauen. So, da rein, dann links rauf, dann rechts entlang, dort wo die Explosion war. Dann sind wir schon in Tierwheel.